Glasatelier Schönefeld – kreativer Glasbau und innovative Ideen für den Innen- und Außenbereich. Wir bieten Ihnen bis ins Detail durchdachte Umsetzungen individueller Glasdesigns in Kontrast zu vielen unterschiedlichen Materialien. Mit hochwertigsten Materialien und nach dem aktuellen Stand der Glasbautechnik erfüllen wir Ihre Wünsche und passen diese an alle Räumlichkeiten an. Für die Verglasung im Außenbereich unterstützen wir Ihr Bauvorhaben von der Planung über die Konstruktion bis hin zur Montage. Vertrauen Sie unserer langjährigen Erfahrung. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir freuen uns auf Sie!